hallo zusammen also jedes jahr ich habe eine seel ich sag immer jedes jahr ich muss abnehmen ich muss abnehmen aber passiert nicht und dieses jahr ich habe gesagt ich mag video vielleicht das gibt mir eine motivation dass ich muss hart arbeiten zu abnehmen also diese video ist wie intro dass ich muss 2018 gesund essen viel wasser trinken genug schlafen und alles viele leute sagen immer zu mir du bist gar nicht dick ich zeig euch eine clip also das ist von heute so ich siehs aus guck mal ist das normal ich habe die gebaut ich habe ich probier mal in drei monaten oder in zwei monaten ich komme wieder und sage euch meine progress ich habe ein fitness BH gekauft das habe ich gekauft vielleicht das gibt mir eine motivation und habe ich die auch genommen das ist wie sehr schöne sports BH das habe ich online bestellt das ist zwei stück war auch nicht so teuer ich weiß nicht wie viel habe ich bezahlt so habe ich meine sports BH gekauft von motivation ich zeig euch wie ich aussehen heute eine clip so sich ich aus ja das ist meine bauch ist einfach fett also ich versuche spot zu machen ich habe besser angefangen spot zu machen in december aber ich habe gedacht diesen monat januar 2018 ich mag einfach videos wenn ich immer diese video zurückgucken denn ich denke ich habe versprechen dass ich muss abnehmen vielleicht das gibt mir eine motivation ich bin immer 36 38 aber jetzt ich sage immer ich bin 38 ehrlich gesagt ich bin keine 38 ich bin fast 40 ja wenn ich 40 ansehen ist wirklich angenehme wenn ich 38 an sind es mir so eng ich bin 10 kilo abnehmen ich bin jetzt 73 kilo normalerweise war immer 62 61 kilo ich wollte wieder 62 kilo sein nicht mehr 73 kilo genug ist genug ich muss diese kilo weg bis sie weniger baue mein arm alles dick waschen mir ein glück dass ich kann wirklich meine ziel erreicht ich will wirklich 62 kilo sein in drei monaten ungefähr drei monaten so viel viel dank fürs zuschauen und ich hoffe dass diese video hat euch gefallen wenn bitte hinterlasst mir ein kommentar da mehr hoch und abonniere diesen kanal und bis nächste mal tschau tschüss bitte hinterlasst mich ankommen lass mir ein